Drei, zwei, eins und Zeit! S1 Fight Club, heute im Boxtraining. Steigerung der Schlagkraft, Ausdauer der Explosivkraft für das Boxen. Schön mit Gewichtsbällen arbeiten. Hier im Athletiktraining, so ein sinnhaftes Athletiktraining für das Boxen. Jawoll. Das heißt, eine Beugung, eine Flexion, eine Extension. Hier werden schön die Grundbewegungen des Körpers trainiert. Jawoll. Und pushen. Rüchte, Knie, Rücken, alles wird trainiert, alles wird bewegt. Stärkt die Systeme für die Schlagkraft und die Schlagkraft ausdauernd. Auf geht's, Ramona! Beugung, Streckung, Smashen, jawoll und Wurf! Jawoll, die Kraft im Boxen kommt aus den Beinen. Schöne Größe aus dem S1 Fight Club. Bis bald! Unabhängig, St apro waarkontophobia, bis bald die Schlagkraft in den K stands.